Willkommen beim iWorkplace. Ich zeige Ihnen, wie Sie im Mailprogramm Outlook eine Signatur erstellen können. Mein Name ist Birmin Lehner. Starten Sie Outlook und klicken Sie auf Neue Mail. Natürlich müssen Sie hier noch Ihr Kennwort eintippen oder Sie speichern das hier dauerhaft. Im Outlook gehen Sie hier zuerst auf Neue Mail. Denn erst hier finden Sie das Werkzeug für die Signaturen. Das hier ist eine typische Signatur. Ich füge immer auch schon eine Grossformel hinzu und hier die Adresse. Diese Signatur erscheint also automatisch und Sie können diese Signatur auch anpassen oder ganz löschen, wenn Sie mal keine oder etwas anderes schreiben möchten. Aber wenn Sie nun eine Signatur hinzufügen möchten, dann wählen Sie das hier oben und wählen Sie aus Ihren Signaturen eine Signatur aus. Ich klicke hier wieder auf BBZ zum Beispiel. Da ist sie. Und wenn es die falsche war, gehe ich nochmals drauf und sage, nein, ich hätte gerne die private. Oder hier wählen Sie Signaturen und dann sind Sie beim Werkzeug, wo Sie die Signaturen erstellen, löschen oder anpassen können. Ich erstelle eine neue Signatur. Also hier neu, gebe diese Signatur einen praktischen Namen und schreibe nun hier, was ich in dieser Signatur mitteilen möchte. Liebe Grüße, Lehrschlag, noch ein Lehrschlag. Hier kommt die Adresse, vielleicht Telefonnummer oder vielleicht sogar ein Mail. Ebenfalls Internetadressen. Sie könnten hier auch ein Bild einfügen oder sonst einen Internetlink. Bei den Bildern ist es ein bisschen schwierig, denn die Bilder kann man nachher in der Größe nicht anpassen. Aber wenn Sie das Bild bereits in der richtigen Größe hinterlegt haben, passt das perfekt. Okay. Und jetzt steht diese Signatur zur Auswahl. Hier zu Hause, da ist meine Signatur. Und wenn Sie die wieder anpassen möchten, gehen Sie hier auf Signatur, Signaturen und haben die Möglichkeit, diese zu Hause Signatur wieder anzupassen. Und, etwas habe ich noch nicht erwähnt, fügen Sie hier eine Standard-Signatur Ihrer E-Mail-Adresse hinzu. Welche soll denn gezeigt werden, wenn Sie eine neue Mail erstellen? Also hier wählen Sie aus, aus all Ihren Signaturen. Bei mir ist es nun BBZW oder eben dann eine andere. Okay, und wenn Sie dann ein neues Mail erstellen, kommt jene Signatur, die Sie als Standard hinterlegt haben. Hier ist sie. Das war's.